BOOM! Hier Leute, was geht? Hier ist Trash von der Battle Buddies und Schwedef. Wir spielen hier mal ein, was, was ganz Neues. Team Fortress 2, aber diesmal als Live Commentary. Meine heutige Mission ist es, ein paar Backstabs mit den, mit der Huntsman zu bekommen. Für die Leute, die das kennen, es gibt ja so einen Tauntangriff, wo man dann, äh, ja, man merkt schon, ich bin nicht In-Gamer und versuche währenddessen dabei zu spielen. Und, ähm, ja, wo kommst du denn her? Und BOOM! In dein Gesicht. Ähm, ja, es gibt ja den Tauntangriff und damit kann man sozusagen so stechen. Und ich habe zufällig gesehen, dass... BTF? Wo ist der Typ hin? Ich bin ein bisschen confused. Wo dieser Spy hin ist, aber egal. Oh, shit. Geh weg, Mann! Ja, komm her! Boah! Spy! Stirb! Ja, fuck! Okay, das ging mir etwas schief. Ich hätte ihn eigentlich nur treffen müssen. Einmal, der Inside-Down gewesen. Aber egal. Ähm, ja, wie gesagt, wir versuchen, ein paar Sniper zu backstabben, weil ich gesehen habe, dass ein paar ziemlich unaufmerksame Kameraden im anderen Team zugange sind. Deswegen holen wir sie uns. So, ja, ich habe mir gedacht, hey, ich bin... Psst, sag ruhig! Ich benutze mir gleich mal ein Thema, das ein bisschen... Ich sag mal so, ein Inhalt vom Spiel... Oh, ein bisschen nicht so ernst ist, dass man schert. Der war nicht schlecht, der Schuss. Ah, na, tauntet der Kollege natürlich. Das muss sein. Hey! Würde ich auch sagen. Auf alle Fälle. Jetzt rollt ihr mich so und es ist ein paar zu backstaben mit der Hansmann. Und das sollte es auch gewesen sein. So, Jungs, so. Ein paar Heavies. Ja, aber ich liebe am Gegner-Team. So ein schöner Heavy. Wenn man einen Hansmann spielt, ist das ein schönes Ziel. Und ein Golfschläger-Ritter. Wir sollten vorsichtig sein. Da gehen sie schon vor. Killed sie gut so. Dann kümmere ich mich um die Sniper. Ein... Ein Medic-Sniper. Und Nummer eins! Boom! Bring! Fuck you! Jemand sieht mich. Okay, da haben wir schon den ersten erwischt. Ein Glück, dass der Medic sich nicht bewegt hat. Ich muss sagen, es ist nicht leicht, solche Kills zu bekommen. Vor allem in der Zeit ist man sehr leicht angriffbar und muss natürlich auch zu Ende führen. Beweg dich mal nicht so komisch, Kollege. Oh, ein... Shit! Na ja. Wenzig Nummer eins. Erster Kill. Haha. So, mal gucken. Ob vielleicht wieder jemand dort entsteht. Vielleicht wieder der. Snipers. Ähm... 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 Ingenieur sag ich schon. Nooo! Der war knapp, ey. Der war sehr knapp. Und das war kein Headshot? Naja dann. Boah, da ist er grad gesprungen, ey. Ah... Okay, hol ich mit. Oh shit! Das meine ich. Das ist... Sobald sich einer bewegt. Sobald sich einer bewegt, das ist schon zu Ende wieder. Mit dem Turd Kill. Das wird dann nichts mehr. Oh shit! 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 Pyro. Ich hasse dich. Geh weg. Heavy, 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 heavy. No... Was? Die! Oah! Die! Ja! In dein Gesicht. Bäh! War das kein Headshot? Das war zu spät, mein Freund. Oh shit! Was? Ich hab doch geschossen, ey. Ich hasse euch. Tja. Nix da. Lief dir selbst. Boah. Sniper. 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 Oh, dann ist er sich direkt aufgelöst. Oh, da ist er auch schon wieder. Oh shit. Going for the heavy. Boah. Boah. Na. Boah. Boah. Na. Boah. No, fuck you. Du bist so cool, mann. Du kannst den kill'n, der versucht sie zu backstab'n, mann. Und du hast nen hübschen Bart, den hab ich auch.. Nein, ach nein, das kann nicht wahr sein. Oh, das war so knapp. Eine Sekunde und der wäre tot gewesen. So, und diesmal bei einer ernsthaften Runde. Ich hoffe mal, wir ziehen es jetzt durch. Ich habe eigentlich versucht, die Backstab hier was zu machen, aber weh, TfL. Wir haben ja den besten Server ausgesucht, wo geht er. Deswegen versuchen wir halt währenddessen. Oh, boom! Stirb, Fenty. So. Oh, Mann, ich dachte, das war zwei. Die! Oh, shit, komm. Oh, fucker! Jetzt geh halt da runter. Na ja, dann halt so. Oh, Mann, das ist schon wieder immer ein zusammengewürfelter Haufen. Jedes Mal, ähm, bin ich auf deiner Seite, Mann. Also solltest du mich schon irgendwie wahrnehmen, weil sonst ist das sehr ungefähr, äh, gefährlich für dich. Du bist nicht auf meiner Seite, Mann. Also, also bist du von meiner Seite, Mann, natürlich. Meine, meine Mundstun. Du Arsch! Boom! Das war aber der Pado, der vollstand. Das ist ganz genau, dass der 10, da mir entlangkommt. Nein. Ah, blöde Skitter, ey. Shit! Dreck Skitter. Das ist halt ernsthaft noch versucht, nachdem ich schon Jaraddy auf ihn drauf hatte, ey. Also, äh, das ist schon echt krass, das ist... Oh, sch... Nein! Okay, Licht stehen bleiben. Ich spüre es doch, dass da einer wartet oder sowas. Ja? Ja! Nein! So, man muss denn das mal zeigen hier. Da springen sie mit ihren Sniper rum und glauben, sie sind die... Oh, shit! Oh, fuck! Wieso hat der eben... Meine Güte, der hatte mal echt Glück. Für die Leute, die das nicht kennen, dieses Shotgun, wenn ein Sentry zerstört wird, das du gebaut hast, kriegst du dadurch einen Crit-Schuss. Das bedeutet halt, du hast eine einzige Kugel, weil du bekommst jedes Mal ins Zerstört hast, halt eine Kugel. Oder manchmal ist es auch ziemlich random, muss ich sagen. Wenn er einen kritischen Treffer, das bedeutet, so... Mäh. Bei Male, also bei Nahkampfwaffen ist 195. Bei anderen, weiß ich es nicht. War, alter, du. Das ist ja so eine Drecksposition für dieses hässliche Ding, so jetzt ist es down. Weil ich, wenn ich das Gitter treffe, das schon mal nicht zählt, das ist ein Treffer mir. Oh man, die Huntsmen. Und da ist er schon runtergejumpt. So ein Arsch. Will ich Charadied werden. Ach, fuck you ey. Weil ich dann durchgehend gequittet werde, ey. Das ist so geil, ey. Mann, Mann, Mann. Hört auf damit. Hört auf mit dir so. Ah! Okay, ich soll immer ein bisschen älter werden. Wir versuchen ein paar zu backstabben hier. Also, Konzentration. Denn... Nichts. Tring! Was macht der da hinten? Eieieiei. Hier sind aber auch keine... Mann, 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 Mann. Was war das denn, ey? Insta-Down schon wieder. Die hat aber ganz schön Schaden gedrückt. Sind aber auch irgendwie keine... Oh, ich muss ins andere Team verfügt. Hm. Hm. Ich überlege, ich überlege, ob ich ein anderes Team soll. Naja, der scheint trotzdem etwas... ...besser auf Zufuß zu sein. Na, er hat mich gesehen. Komm raus. Ich weiß jetzt schon, wenn ich dann langgehe, komm... ...dann genau... Ich hab's doch gewusst. Ich hasse euch, Scouts. Geh weg! Die! Nein! Krall ich's mir. Oh, der war schon. Kill ihn! Kill ihn! Er ist gecrittet! Muss eigentlich nur ungefähr treffen. Boah, Alter. Ich seh schon. Fuck! Folgt mir doch irgendwas. Los, Spy, geh vor! Ich bin auf deiner Seite, Mann. Nein, bin ich nicht. Aber ich weiß, dass da ein Mini-Centries... Nein! Nein! Okay. Nie! Nein! Oh, der tut weh, ey. Direkt aufs Board, ey. Alter, ey. Der hat vielleicht Zweck, ey. Oh. Da kommt mein Heavy. Ach. Und Boom. Tschakalaka. Der war auch... Hatte ich auch lange genug Zeit, um zu zielen, ey. Blub. Er hat mich gemailboxed. Aha. Ich habe einen Brief erhalten. Das ist so wie 90%. Das willst du von mir. Boom. Das war 100% gezielt, mein Freund. Oh shit. Huntsman einfach nur. Schade, dass es die nicht in jedem Spiel gibt, diese Sniper. Epic. Epic. Was tust du da? Wenn er schippiert ist, würde ich mich auch mal gerne fragen. Oh. Ring. Ring. Das ist ganz genau, dass du auf meiner, auf der feindlichen, so läufst du von mir weg. Ich weiß, weil ich es gewusst habe, dass du ein hässlicher, dreckiger Schweibest und mich auch noch killt. Wieso torntest du Idiot? Ha ha. Ich habe dich... Ja, ich habe auch noch ein Auszeichen dafür bekommen, dass ich hier mit meiner Pisse überwacht habe. Hey, wenn das Leben auch so will, wäre das irgendwie cool. Das hat er auf mich eigentlich geschossen, würde ich gerne wissen. Dei. Okay, Leute, das war's dann für heute und... Wir sehen uns das nächste Mal. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr hinbekommen habe, aber ihr habt ja gesehen, ich habe es teilweise versucht, aber man kann sowas leider nicht herbeirufen. Es ist nur mal davon abhängig, wie behinderte Gegner sind. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Also, haut rein!